Heyo Leute und willkommen zurück zu der epischen Schlacht zwischen den tapferen Ägypten und den gewalttätigen Gazellen mit blutrünstigen Bärenbüschen und brutalen Bäumen. Wir waren bei der Mission Entdeckungen stehen geblieben. Die starten wir gleich mal. Äh, machen sie 5 Entdeckungen bevor die Lübiers tun. Uh, es klingt nach Feindkontakt. Was auch immer Entdeckungen sein mögen. Ja, bauen wir gleich mal ein zweites Dorf für Hunde. Ja, ist hier irgendwas Spannendes? Bärenbüsche. 5 Entdeckungen. Ich würde sagen, dann laufen wir mal rum und entdecken irgendwas. Ob das Gazellen entdeckt? Zählen die? Wahrscheinlich nicht. Was ist das? Oh mein Gott, wir haben was entdeckt. Komische Gemälde auf dem Boden. Was auch immer das sein mag. Oh, ein Gegner. Ey! 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 Was ist denn da los? Das waren ja Dreislinge. Vielleicht mal ein Dorfbewohner getötet. Ich würde Penner, die mache ich fertig hier. Ich brauche eine Armee. Du mal Frapsanzeige da oben, riecht da auch ein bisschen auf, ey. So stelle ich wieder aus. Nachher. Wenn ich den Typen da aufs Maul gegeben habe, ey. Kann doch nicht sein. Kommt der Löwe an? So, du mal Späher an und dann läuft er noch ein Krokodil auf uns zu. Steht der Löwe noch da oder hat er den Späher umgebracht? Hm. Ist ja natürlich eine sehr lustige Wendung gewesen. Na, der steht noch da. Oh, noch so ein komisches Gemälde. Ist da noch irgendwas? Kein Gemälde. Vielleicht da oben? Und, und, und? Hey, da geht's lang. Nicht mehr. Schade. Kein Gemälde da. Vielleicht ist hier noch eins. Ich nehme mir aus wie eine Gazelle. Die Viecher hier. Naja. Oh, der hat mal ein bisschen Bäumchen. Ich kann hier was Militärgebäudemäßiges bauen. Lagegruppe, Kornspeicherhaus. Scheint nicht so. Na, das ist noch so ein komisches Ding. Oh, da ist schon wieder ein Löwe. Was ist da denn los? Ich glaube, ich habe jetzt eins, zwei, drei Teile mit meiner Fahne drauf. Keine steht da oben beim Gegner. Hey, da kann man jetzt vielleicht hinlaufen. Vielleicht sieht der Knoz dieses Mal nicht. Ja, bau mal ein Haus hier hin. Nicht am Löwe vorbei. Blöde, Deppte. Hätte man kein Angriffsymbol. Was ist das? Was ist da? Was ist da? Hä? Soll ich kapieren. Hoffe ich. Ey, jetzt hör auf von dem Scheiß. Wo kommt der Penner immer her? Ey, knüppel ihn. Ey, Mann. Das ist ja wohl voll nicht fair, oder? Ja, genau. Tötet den da mal. Ha. Das ist ja gut. Ha. Endlich. Fehlt immer noch eine Entdeckung. Jetzt nehme ich mal den da mit. Hoffentlich hat er noch so'n Spähertyp. Sollte er mich in Order gesucht? Oh, Mann. Oh, noch ein Krokodil. Lass mich in Ruhe. Mo, 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 Mo. Blöde Krubelfieche. Ja, geht da weiter, Bärensamler. Ich sag drei. Ja. Ich werde mich drei Tage noch beschäftigen. Mann, hier so ein Löwe, die Entdeckung. Keine Entdeckung. Ach, schon wieder so'n dummer Löwe. Lass mich in Ruhe. Oh Mann Nee, da kommt jetzt noch so einer Da ist sie Ja, das war wohl ein schnelles Spiel Wenn auch verlustreich für uns Geschichtlicher Ausgang Das einheimische Volk des Niltals Wertet die Inversorgen aus dem Westen ab Und behielt die Kontrolle über den Fluss Die Ägypten sollten reich und mächtig werden Während die Libye über tausend von Jahren Eine barbarische Kultur blieb Allerdings machten die Libye doch wieder von sich reden Ich wünschte mit denen haben wir noch ein bisschen Ärger vor uns Ja Und das war's dann wohl wieder